So, ein wunderschöner Extermination Day! Map 3! Was für eine Sauerei! Nein, das war Dumition! Das war bitte einmal... Nein, das war so nicht geplant! Das bitte geht weg! Dankeschön! Wie macht die Brückeberger? Genau! So! Und dann... Communication Center! Achtung! Oh! Oh. Komm mal. Der trifft nicht mal. Was zur Hölle war das denn gerade? Der überlebt einfach gleich drei Stück mit einmal. Der überlebt einfach drei Stück mit einmal. So. Easy. Übrigens ist mir letztens den Weg aufgefallen, wie man das Ding da doch zerstören kann. Ohne Scham zu bekommen. Und zwar, wenn man sich hier in die Tür stellt. Dann hat man nach hinten hin Platz. Und nach vorne Platz. Also letztens beim Rumtesten hat das funktioniert gehabt. Ich weiß nicht, wie das gerade passieren konnte. Oder war ich hier noch zu nah? Ich gehe mal lieber hier. So. Ah. Okay. Die Kante war noch zu nah bei mir. Und schon können wir da da unsere Dings haben. Da da. Dings dann. Einfach mal an die Klappe halten. So. Nächster Raum. Puh. Ha. Okay. Das Lichter geht hier wohl schon wieder ganz schön. Halleluja. Hallo? Hallo? Alter. Ja, hab ich hier schon wieder irgendwas aktiv, was nicht aktiv sein soll, oder? Digga, ich stand grad drei Meter vor dem, was hab ich nicht getroffen? Wie kann das denn sein? Äh, was ist denn jetzt überhaupt? Gameplay? Da. Own Your Monster? Komm, ich schalte die Scheiße mal ab. Auf. Äh, no. Brauchen wir eh nicht. Das ist Schwachsinn. Klappe. Ach so, siehste, noch speichern, damit die Einstellung auch wirklich gespeichert ist und nicht beim nächsten Neuladen, denn wieder alles verloren ist. Siehste, so geht's gleich viel besser. Hallo, Motherfucker. Was? Ach so, ja. So, hier ist alles safe. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Wir haben noch keine Super Shotgun? Sehr ehrlich. Okay. Okay. Vielleicht auch raus. Ähm. Boah, alter Erster jetzt? Danke. So, dann geh... Ach nee, wir müssen erstmal hier rein. Wow. Was? So, dann haben wir auch noch einer. Wollen wir jetzt kommen. Boah, alter. Diese geringe Schwerkraft hier macht mir echt zu schaffen. Oh. Ach da. Ich wollte grad schon fragen, wie die alle sind. Die haben sich bloß so ein bisschen versteckt. Die haben sich bloß so ein bisschen versteckt. Guck mal, wie die alle so schon rumtanzen. Oh, und jetzt rasen sich geliefertig an. Das ist voll süß. Und... Ich setze mich jetzt noch hier richtig hin. Mal ein bisschen ordentlich. So. Ah, easy. Vielleicht wird besser. Okay. Ähm. Ich schaue mich mal hier an, 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 an. An, an. Na komm, trappern, Mädel. Ja. Das geht ja gar nicht. Ich schaue mich mal hier. Oh. 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 Da hab ich nur noch hängen, Alter. Weil ich den Scheiß geriss. Hä? Müsste da jetzt nicht nur einer kommen? Jungs wieder nicht so, ne? Wann ist nicht mal vier? Ich hab doch jetzt gerade nur drei erledigt, oder nicht? Ich bin confused. So, dann sprichern wir mal, noch versuchen, rüber zu springen. Hier, Rani. Ich verstehe es nicht. So, jetzt einmal... Nein! Aber es war klar. So, aus welcher Höhe springe ich jetzt? Äh, ein bisschen erst mal hier runter. Ah, easy! No problemo, geht doch. Yay, endlich haben wir eine Super Shotgun! So, wenn wir hier wieder 20 Versuche brauchen werden, wahrscheinlich. Vorher weiter. Das war doch nicht hoch sprinten, kann ich verstehen das nicht. Geh doch. So, okay. Jetzt sollte das hier offen sein. Hä? Wer lädt schon wieder nicht nach, Alter? Muss man das hier jedes Mal aktivieren, oder was? Komm, ich geh erstmal hoch hier. Die Autoshot kam auch nicht echt gaga. Ja, das ist doch alles, ich meine, das... Ja, Autonachladen muss man jedes Mal wieder aktivieren. Naja, muss ich mich da dran gewöhnen, immer mal nachzuladen. Mit dem Auto nachladen geht das scheinbar nicht mehr. Schade, war ein cooles Feature. Was? Was ne Verschwendung. Ich weiß jetzt schon, dass man das... Äh... ...Eschkopfzer-Breschen bereiten sollt, mit dem... ...das nachher nicht mehr funktioniert. Aber gut, was will ich machen. Oh, nee. Wow. Wow. Das war's für heute. Ah, war doch. Das war's. Ich sag mal so, ne? Soll das jetzt eigentlich alles gewesen sein? Okay. Scheint auch alles gewesen zu sein. Sehr schön. Gut. Blau. Blau ist da unten. Da, da, da. Nein, da. Okay. Auf den Krieg. Puh, ha. Ich fühle mich bereit. Yay. Nein. Die da. So. Okay. 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 Das war's für heute. lol ich bin gerade mal eine viertelstunde wobei bei dem hier war die effektiver ähm scheinbar ist es nicht so so nehmt noch schnell alles nachladen neun Gegner fehlen noch wir waren einfach alleine beim überlaufen hier alles kaputt macht ich bin fest so bescheuert so brauchen wir noch ein bisschen scharfe munition warum mal welche ist ach ja siehst du hier in dem vorraum bitte noch hier müssen noch welche sein ja ok damit hätten wir denn alles gucken ob auch alles nachgeladen ist ja 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 achso ja warum wir haben nur 6 handgranaten ist ja nicht gerade sehr viel, aber gut, was soll´s, was dann auch mit dem Level? Oh ja, mein Lieblingslevel. Oh, das ist geiler. Nice, naja, das werden wir nächstes Mal sehen. Morgen kommt er wahrscheinlich erst mal wieder Eternal dran. Scheint sich ja jetzt mit dem Wetter doch akklimatisiert zu haben, von daher steht Eternal auch nicht mehr im Weg, weil die Maps dort sind scheinbar echt ganz schön lang. Ja, in dem Sinne, schau mal vor.